Im ersten Teil unserer kleinen Videoreihe über den ACI hatten wir über den ACI im Allgemeinen gesprochen. Das war aber leider nur die halbe Miete oder wenn man genau ist nur ein Drittel davon. Im zweiten Teil wollen wir heute über die Zeitverhältnisse im ACI sprechen. Viel Spaß! Doch zu Beginn wie immer eine kurze Wiederholung. Der Akkusativ mit Infinitiv, kurz ACI, ist eine typisch lateinische Konstruktion, die sehr häufig vorkommt. Wir sollten sie also wirklich gut, 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 gut kennen. Wichtig ist, dass wir immer dann aufpassen, wenn wir in der Nähe eines Akkusativs einen Infinitiv finden. Einen ACI übersetzen wir mit einem Das-Satz ins Deutsche. Wir hatten das letzte Mal folgenden Beispielsatz übersetzt. Markus amicum nunc laborare skid. Markus weiß, dass der Freund nun arbeitet. Schauen wir uns den noch einmal genauer an. Das Prädikat skid oder im Deutschen weiß steht hier im Präsens. Der Infinitiv des ACI steht auch im Präsens. Wenn wir es uns auf einem Zeitstrahl anschauen, dann ist skid in der Gegenwart und laborare auch. Beide Punkte, die jeweils hier für die Verben stehen, sind an der gleichen Stelle des Zeitstrahls. Beide Aktionen finden also gleichzeitig statt. Das zeigt uns auch schon das Adverb nunc, das wir aber gar nicht unbedingt bräuchten. Wie beide Aktionen, also skid und laborare, zueinander stehen, das sagt uns das Zeitverhältnis. Und das Zeitverhältnis hier ist eben gleichzeitig. Gleichzeitigkeit gibt es aber natürlich nicht nur in der Gegenwart. Sowas kann es auch in der Vergangenheit geben. Beispielsweise Heri, Markus amicum laborare skid. Wir sehen, das Prädikat steht im Perfekt, also in einer Zeit der Vergangenheit. Der Infinitiv steht aber weiterhin im Präsens. Schauen wir uns das wieder am Zeitstrahl an. Skiwit steht in der Vergangenheit und laborare in dem Fall auch, weil es ja gleichzeitig zum Skiwit stattfindet. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, wie übersetzen wir dieses laborare? Wir müssen natürlich hier auch eine Zeit der Vergangenheit benutzen, damit das laborare zum Skiwit gleichzeitig ist. Im Deutschen benutzt man hier das Präteritum. Gestern wusste Markus, dass der Freund arbeitete. Achtung also, bei der Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit wird der lateinische Infinitiv Präsens im Deutschen mit Präteritum übersetzt. Jetzt gibt es beim Zeitverhältnis natürlich nicht nur die Gleichzeitigkeit. Es kann ja auch sein, dass etwas vor einer anderen Handlung geschehen ist und das wollen wir uns als nächstes anschauen. Das Prädikat rutscht jetzt wieder in die Gegenwart und wird zum Skid und das laborare bleibt aber in der Vergangenheit, da es vor dem Skid passiert ist. Wir nennen dieses Zeitverhältnis Vorzeitigkeit oder mit Adjektiv vorzeitig. Laborare passiert also vor dem Skid. Da aber der Infinitiv Präsens die Gleichzeitigkeit anzeigt, müssen wir den jetzt ändern. Aus dem Infinitiv Präsens wird der Infinitiv Perfekt laboravisse. Beispiel. Markus amicum laboravisse skid. Markus weiß, dass der Freund gearbeitet hat. Markus weiß jetzt, dass der Freund zum Beispiel gestern gearbeitet hat. Das laboravisse passiert also vor dem Skid. Jetzt gibt es aber eine Vorzeitigkeit nicht nur, wenn das Prädikat in der Gegenwart, also im Präsens steht und der Infinitiv im Perfekt. Eine Vorzeitigkeit gibt es auch in der Vergangenheit. Wir bauen unsere beiden Verben kurzum. Aus dem Skid wird wieder ein Skid, weil wir uns in der Vergangenheit befinden. Der Satz lautet dann Markus amicum laboravisse skid. Und jetzt können wir dieses laboravisse auch nicht mehr mit Perfekt übersetzen, weil ja das Skid schon im Perfekt steht. Wir brauchen also eine Zeit, die zu einer anderen Zeit in der Vergangenheit vorvergangen ist. Und das ist im Deutschen das Plusquamperfekt. So lautet die Übersetzung. Markus wusste, dass der Freund gearbeitet hatte. Bei der Vorzeitigkeit in der Vergangenheit wird also aus dem Lateinischen Infinitiv Perfekt das deutsche Plusquamperfekt. Das war jetzt relativ viel Information in relativ kurzer Zeit. Deswegen schauen wir uns noch mal eine kurze Übersicht an. Wie verhält es sich also mit den Zeitverhältnissen im ACI? Fangen wir mit der Gleichzeitigkeit an. Die Gleichzeitigkeit wird beim ACI immer mit dem Infinitiv Präsens ausgedrückt. Wenn das lateinische Prädikat also im Präsens oder Futur steht und der Infinitiv Präsens im ACI, dann steht im Deutschen das Satz das Präsens. Wenn das lateinische Prädikat in einer Zeit der Vergangenheit steht und wir Gleichzeitigkeit haben, dann wird der Infinitiv Präsens im Deutschen mit Präteritum übersetzt. Schauen wir uns noch die Vorzeitigkeit an. Vorzeitigkeit wird immer mit Infinitiv Perfekt im ACI ausgedrückt. Wenn jetzt das lateinische Prädikat im Präsens oder auch Futur steht und der Infinitiv vom ACI im Infinitiv Perfekt, dann wird der mit Perfekt übersetzt im Deutschen das Satz. Und bei der Vorzeitigkeit in der Vergangenheit, sprich wenn das lateinische Prädikat in einer Zeit der Vergangenheit steht und der Infinitiv im Infinitiv Perfekt im ACI, dann wird dieser Infinitiv Perfekt mit Plusquamperfekt übersetzt. Letztendlich müssen wir uns eigentlich nur die dritte Spalte hier merken, denn bei der zweiten Spalte wird der Infinitiv in der gleichen Zeit übersetzt, wie er steht. Infinitiv Präsens wird im Deutschen mit Präsens übersetzt und Infinitiv Perfekt im Deutschen mit Perfekt. Perfekt. Ganz kurz zusammengefasst. Das Tempus des Infinitivs vom ACI drückt nur ein Zeitverhältnis zum Prädikat aus. Der Infinitiv Präsens drückt hier Gleichzeitigkeit zum Prädikat aus. Der Infinitiv Perfekt die Vorzeitigkeit. Das heißt, wir müssen immer schauen, welche Zeit wir im Deutschen das Satz verwenden. Wie immer gibt's ein Arbeitsblatt direkt unter dem Video. Und vielleicht ist das diesmal wirklich sehr, sehr sinnvoll, sich das anzuschauen, denn da werden die ganzen vier Fälle noch einmal ganz genau aufgeschlüsselt. Viel Spaß beim Nachvollziehen und beim Einprägen. Nicht vergessen, wie immer, Latein macht glücklich. Bis zum nächsten Mal. Servus.